Ja, Hallöchen, ihr Reinigungsfritzen und Liebhaber und herzlich willkommen zum Emergency Cleanup Co. Habt ihr nicht auch Bock, nicht nur alleine irgendeinen Haushalt sauber zu machen, sondern auch mit euren Freunden? Denn dann ist das tatsächlich das beste Spiel für euch. Denn Emergency Cleanup Co., das klingt wirklich gerade wie ein Werbevideo. Könnt ihr nicht nur alleine, sondern auch mit euren Freunden Räume und Häuser sauber machen. Ich bin sehr gespannt, wir spielen mal ganz kurz die Demo, in dem wir aktuell wahrscheinlich mehr Spiele im Modus verwenden können. Ich denke mal, der funktioniert wahrscheinlich schon online mit euren Streamfreunden oder aber auch später auf den Konsolen mit euren Freundesfreunden, auf der Konsole, Playstation oder Xbox. Aber jetzt in der Demo-Fassung können wir nur Einzelspieler spielen und das gucken wir uns mal an. Ihr könnt ja auf alle Fälle jede Menge machen. Wir werden wahrscheinlich ein verwahrlostes Haus vor uns hier auffinden und das müssen wir einmal reinigen. So, Einzelspieler, genau. So sieht das Ganze quasi aus, wenn ihr mit euren Freunden spielen wolltet. Also ich bin sehr gespannt. Ey du, es gibt Leute, die haben alles mögliche an Interessen und Vorlieben. Und vielleicht gibt es auch welche, die sich irgendwie mal in der Klasse getroffen haben und gesagt haben, ey, ich bin der Felix, ich mag gerne mein Zimmer sauber machen. Und dann sagt der andere, yo, ich bin der David, mach ich aber auch richtig gerne. Lass uns treffen und daraus einen Verein machen. Irgendwie so. So, wir können mal ganz kurz gucken. Mit Controller könnt ihr auch das Ganze steuern. Äh, komm, benutzt den Computer mit E. Können wir jetzt zum Beispiel den Auftrag. Also ihr könnt gemeinsam auch, im Endeffekt habt ihr wirklich eure eigene Firma mit eurem Freund zusammen. Ist eigentlich auch interessant. Hier geht es aber weniger um die Verwirtschaftung eurer Freunde. Aber ihr seht es ja hier. Wir haben auch kleine Umkleidekabine. Es sind mehrere Spins. Also so ist es ein bisschen aufgebaut. Finde ich schon aber witzig. Ich glaube auch eher, dass der Simulator wirklich eher so ein bisschen die Koop-Freundschaft, Online-Gemeinschaft hier treffen soll. Weil die einfach vielleicht Bock haben, sauber zu machen. Und wer weiß, es sieht ja richtig Messi-mäßig aus. Dass man vielleicht daran so ein bisschen seinen Spaß hat. Und weil man höchstwahrscheinlich auch vielleicht Sachen so ein bisschen renovieren muss. Also ihr seht es ja hier. Hier liegt alles kreuz und quer. Vielleicht soll man was in die Regale befördern. Also ich denke mal, da kann man sich wirklich da so ein bisschen austoben. Dass die Leute sagen, ey komm, ich mach jetzt hier, keine Ahnung, die Hundekacke weg. Und du kannst dann die Pokale polieren. Irgendwie sowas. Und der andere steckt die Bücher wieder zurück. Okay, hier sind wir. Das sieht nett aus. Also. Vorab bei der Demo-Version konnte ich jetzt keine großartigen Einstellungen vornehmen. Wir haben jetzt nur die Auflösung. Aber ansonsten. Aber das sieht sehr nett aus. Das sieht wirklich sehr schön aus. Oh, hier ist alles schon vorbereitet. Wir können alles jetzt hier nehmen. Unseren Staubsauger. Wir gehen aber erst mal ins Haus. Das ist. Oh, das sieht übel aus. So. Was können wir denn hier benutzen? Bitte greifen wir das Ganze. Und müssen das hier so reinhieven. Okay. Haben wir auch einen Müllbeutel? Also erst mal sehen wir auf der rechten Seite, wie viel Müll wir haben. Flecken. Oh, alter, alter. Da war eine dicke, fette Party gewesen. Wir sind wahrscheinlich immer so ein bisschen dieser Notgroschen für manche. Aber was von einzelnen Sachen aufnehmen können, ist halt ein bisschen doof. Wir können ja mal gucken. Oh. Wie gesagt, das Reinhieven geht eigentlich ganz gut. Einfach mal hier reinfallen lassen. Wir haben einen Schwamm. Ah, auch nicht schlecht. Ich glaube, wir können den Müll einmal mit reinnehmen. Guck mal, können wir hier zum Beispiel. Ach, genau. Einmal umschmeißen. Tee genau. Okay, viel fallen lassen. Und dann können wir im Endeffekt den hier machen. Ja. Das ist quasi so ein bisschen unser Müllbeutel. Ist ja auch nicht schlecht. Macht ein bisschen mehr Sinn. Jetzt müssen wir natürlich hier versuchen, irgendwie durchzukommen. Das geht aber. So. Dann können wir hier alles schön reinschmeißen. Ich glaube, wir müssen aber, wie gesagt, auch oben alles reinschmeißen. Also, wir müssen schon genau treffen. Das könnt ihr nicht einfach mal das hier so nehmen. Und sagen, das werfe ich jetzt mal. Nee, das geht nicht. Also, von oben. Ui, 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 ui. Das ist aber jede Menge. Oh, guck mal. Genau. Und renovieren müssen wir auch. Der Fernseher muss hier wieder angebracht werden. Alter Falter. Guck mal, das entdeckt man noch hier alles. Da hat jemand wirklich eine Party gefeiert. Das Setting ist aber süß gemacht. Das ist wirklich putzig. Zack. Das kommt. Was haben wir hier? Oh, wahrscheinlich auch ein paar Gartenmöbel. Nee, aber das Setting ist wirklich sehr süß gemacht. Wir müssen doch nicht alles hier greifen können. Können wir wenigstens den Ring hier greifen? Nö. Den Ball konnten wir aber greifen. Ja. Okay. Gut. Billardtisch. Mir fehlt trotzdem so ein bisschen. Also, ich finde es ganz cool mit dem Mülleimer. Ich sage, das ist ja meine persönliche Einschätzung hier so ein bisschen. Oh, das Fass hier. Was machen wir mit dem Fass? Das können wir bestimmt nicht hier reinwerfen. Aber so ein bisschen Müllbeute für kleinen Kram. Scheiße. Was machen wir mit dem hier? Wäre schon ganz cool gewesen. Okay, das können wir nicht einfach so fein lassen. Können wir gucken, ob wir es raussiefen können. Wo es auch immerhin jetzt hier rausgeht. Weil das sind jetzt so Becher und Pizza. Kannst du ja... Oh, Mann. Mit einmal nehmen. So. Ja, okay. Das ist ein bisschen nervig. So, wir können aber erstmal gucken. Was können wir noch hier erstmal. Wir haben einen kleinen Staubsauger. Hier haben wir einen Schwamm. Der zum Reinigen. Deswegen ist wahrscheinlich Korb wirklich eine geile Sache. Könnt ihr jetzt hier. Guck mal. Einmal reinigen. Könnt ihr auch mitunter Flecke wahrscheinlich sauber machen, oder? Nee, okay. Die sind wirklich nur hier für die Wände gedacht. Also, wenn ihr wirklich zu zweit oder zu dritt unterwegs seid. Ach, guck mal. Da wird oben auch eine Karte auch angezeigt. Da könnt ihr wirklich sagen, ey, der eine macht dem Müll. Die Kussflecken hier weg. Also, die ist wirklich nur für Wände gedacht. Alter, fein. Das sieht das hier aus. Oh, okay. Welche junge Dame? Egal. Job ist Job. Er hat doch irgendwo noch... Ach, hier, genau. Der Spiegel. Oh, hier fehlt ein Bild. Wo ist denn das da? Bücher? Ja, siehst du, ja, wir müssen auch Sachen zurückstellen. Ach, das Bild ist hier. Ach so, wir können natürlich auch den Schwamm fallen lassen. Und können wir dann dessen dann sagen, hey, ich will jetzt hier, guck mal. Steht es denn automatisch hin, wenn ihr da in der Nähe seid? Bücher wahrscheinlich genauso. Da. Da. Unter welcher Rubrik zählt denn das eigentlich? Ersetzen. Okay. Du müsstest doch einfach nur in die Richtung reingehen. Guck mal, dann schiebt das automatisch dahin. Und so war es dann auch gewesen. Mehr müsst ihr gar nicht mehr machen. Oh, der war jetzt mal den Schwamm. Obwohl ich... Nee, das ist für die Polsterung. Jetzt haben wir noch mehr Sachen. Wir gucken uns das alles mal ganz entspannt hier an. Hier muss jetzt nichts perfekt sein. Wir haben einen Staubsauger für Dreck. Wir haben einen, ja, Fleckenboden rein. Der ist für Boden, okay. Der ist rein für Boden. Wird auch hier angezeigt. Okay. Auch tiefenentspannt. Mach schon mal ein bisschen mehr. Wie gesagt, wir sehen auch jedes Mal auf der Karte, wo was ist. Außer wahrscheinlich bei Müll. Alter, jetzt mal Hand aus Herz. Wer hat von euch schon mal eine Homeparty gefeiert und hat es am Ende bereut? Ich habe mich sowas nie zugetraut. Also hier waren auf vielen Homepartys gewesen. Eine war so heftig gewesen. Ich will auch nicht mal meinen, dass die Leute das mit Absicht gemacht haben. Aber wir waren auf der Homeparty gewesen in einem wunderschönen Haus. Und die hatten einen Kamin gehabt mit Marmorverzierung. Das waren so Marmorplatten gewesen. Ja, das ist natürlich klar. Dann sind die ersten Dinge da schon mal gleich raufgefallen. Dann waren die Marmorplatten hingewiesen. Alter, erklär das mal. Jetzt so eine Sachen. Dreck und so. Vielleicht ein paar Dinge, die kaputt gehen. Die kannst du verstecken, wegschmeißen oder so. Wird dir keine Tipps geben. Aber nichtsdestotrotz, ey. Wenn da wirklich was kaputt ist, was einfach... Wie willst du das erklären? So, Polster, glaube ich, zählt... Ne, zählt auch nicht. Ist auf der Karte abgebildet. Dafür haben wir aber andere Sachen. Können wir natürlich auch jetzt hier wegschmeißen. Wir haben... Guckt mal, das ist auch geil. Äh. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Mal gucken, ob das funktioniert. Ey, wie cool ist das denn? Sagt euch das auch weg? Ja, cool. Das ist natürlich richtig geil gemacht. Mit so einem Saugroboter. Dann haben wir eigentlich im Endeffekt noch den Staubsauger, wa? Also davon haben wir eigentlich jeweils immer zwei Stück, wie es aussieht. Aber hier machen wir die Polsterung eigentlich jetzt hier sauber. Egal. Wir gucken mal. Das kann man natürlich nicht wegsaugen. So was kann man wegsaugen. So was. So, Boden haben wir ja. Wir haben ja auch so ein paar Sachen. Aber ich glaube, zum Beispiel, wir können ja mal gucken. Das verstehe ich mit einem Schwamm war. Hier so was nehme ich. Ja, doch. Ist mit einem Schwamm. Okay. Aber ihr habt halt kein richtiges Interieurinventar oder so. Also ihr könnt immer nur eine Sache greifen und schmeißt sie dann quasi beiseite. Okay. Ja, also wie gesagt, es muss schon, aber witzig sein, wirklich um Koop das Ganze zu spielen. Ansonsten ist es ein so wieder renovierungsreiniger Simulator. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Preisklasse das Ganze liegt. Aber an sich ist ja soweit eigentlich ganz souverän. Wir machen nochmal jetzt hier alles ein bisschen sauber. Ach guck mal, hier ist noch ein bisschen was. War natürlich jetzt ein bisschen schlau, ein bisschen doof gewesen, dass ich jetzt hier in Saugroboter die Arbeit weggenommen habe. Aber vielleicht sucht ihr sich eine andere Arbeit. So, wir machen jetzt hier die Flecken hier ein bisschen sauber. Boden ist natürlich krass. Können wir nicht machen. Gut. Freunde, das war auch schon gewesen. Mehr brauche ich euch gar nicht zu zeigen. Natürlich können wir jetzt mal gucken, was passiert, wenn ihr das jetzt hier alles gemacht habt oder so. Das ist aber hier total entnehmend. Eigentlich ging es hier wirklich nur darum, der reine Gedanke darin, den finde ich richtig cool, dass ihr mit eurem Freund hier Häuser reinigen könntet. Das ist wirklich voll nonsensmäßig. Aber ey du, vielleicht haben manche einfach wirklich Spaß daran, einfach sich jetzt hier mit Flick zu unterhalten. Und dann sucht sich jeder hier eine Arbeit aus. Finde ich auf alle Fälle von der Grundidee her cool gemacht. Ist natürlich mal so ein bisschen die Frage, was kostet das Ganze? Das Spiel sieht hübsch aus. Das Spiel sieht wirklich sehr gut zum Teil aus. Aber was kostet das Ganze? Also wenn ihr seht, der von denen jetzt 20 Euro zahlt, nur im Spiel zu reinigen, gemeinsam, gut, dann müsst ihr wirklich eine gewisse Leidenschaft haben. Mir wäre es jetzt keine 20 Euro wert. Ich denke mal, wird wahrscheinlich so in der Preiskategorie angesiedelt sein. Ansonsten, ihr seht es ja hier, es sieht wie ein normaler Cleaning-Renovierungssimulator aus. Kommt natürlich auch mal so ein bisschen auf das Setting an, wo ihr vielleicht auch gerade unterwegs seid. Wäre natürlich auch nochmal eine interessante Sache. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Und dann könnt ihr auf alle Fälle jede Menge Spaß haben. Also ihr könnt natürlich schön Stück, Stück, Stück bitte diejenigen spielen. Wer natürlich jetzt den Müll auch sammeln muss, der hat natürlich die größte Arschkarte. Ihr seht es nämlich mit so 60 Stück. Und gerade Müll ist immer nur so eine Sissifutz-Arbeit. Das ist auch, glaube ich, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, dass wir nicht mal kleinste Müllartikel zusammengreifen können. Der Saugroboter ist geil. Der ist wirklich cool. Der hat auch, glaube ich, schon alles gefunden und aufgesaugt. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Aber das ist schon mal eine coole Idee. Da habt ihr für euch selber auch gleich einen Buddy. Dann könnt ihr auch irgendeinen Namen geben, der euch schon mal helfen kann. Aber das war es erstmal gewesen. Das war Emergency Cleaning Co., wenn ich es richtig gar nicht habe. Also wie gesagt, lasst mich mal gerne wissen, ob es das für euch wäre. Würdet ihr mit eurem Freund das gerne spielen? Und wie würden eure Freunde heißen und was sollten sie machen? Schaubsaugen, Boden wischen oder die Wand reinigen? Schreibst du gerne mal in die Kommentare. Das war es gewesen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Anspielvideo bei ganz anderem Spiel. Bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüssi Koski.